Hallo, ich bin Felix Mayer, ich bin 7 Jahre alt und ich habe zu Weihnachten eine Trampolinbrände bekommen. Dann kann man Tricks üben und dann wie ein Reil, wo man drauf tun kann. Mit dem Tampolinbrände kann man auch in der Stube mit dem Tampolin üben und Tricks machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich zeige euch, wie man mit dem Trampolinbrände durchfährt. Also man braucht ganz viel Schwung und immer Schrauchpumpe. Etwas auch. Ich zeige euch euch. Yes! Ich bin hier aufs Gris und jetzt zeige euch, wie ein Schiff zu machen mit dem Brett. Jetzt mache ich nur ein Sechskopf. Ja, ich bin hier aufs Gris. Bravo! März wird es nur ein schöner März. Easy peasy Snowboard School. Yay! I want to love you, feel you, wrap myself around you. I want to squeeze you, please you, I just can't get enough. And if you move real slow, I let it go. I'm so excited.